Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Star Wars Battlefront 2 in der Open Beta und momentan wieder auf dem PC und wir haben eine neue Kiste zu öffnen. Ich hab mir gedacht, bevor ich jetzt in irgendein Modus reinspringe, machen wir erstmal die Kiste auf. Weil ich hab grad gesehen, wir haben eine bekommen. Ich weiß nicht genau, warum wir nur eine bekommen haben. Weil ich hätte schon irgendwie ein paar Level-Ups, aber neulich. So, Vanguard Refresh. Okay, wenn ihr das sagt. CR2 haben wir bekommen. Und ein MVP Select 3. Ja, achso. Wenn wir mal irgendwann MVP werden sollten, also ich, dann haben wir ein neues Ding. Wie wir uns da hinstellen. Alles klar. So, das war... Ne, wir hatten letztens schon den Multiplayer gehabt, beziehungsweise in der letzten Folge. Wir wählen ihn trotzdem noch aus. Classic Assault. Gibt's hier keinen normalen, ähm, hier so... Ja, so ein PvP-Ding einfach nur. Strike. Probieren wir mal aus. Also einfach so ein ganz normales, ähm, Capture the Flag oder, oder ein Team Deathmatch oder irgendwie so etwas. Okay, ab nach Takodana. Mal gucken. Mal gespannt. Mal gucken, wie lang der Ladebildschirm ist. Und schneid ich den einfach raus. Nutzt sich aber, lobe ich nicht zum Rausschneiden. So, wir dürfen. What? Okay. What? Warte, Moment, kann ich hier mal mitnehmen? Nee, das Ding müsst ihr einfach nur beschützen, okay. Ding so komisch, komisch am Leuchten ist. Ähm. Wir dürfen hier raus. Da ist einer. Oh, die kommen einfach reingeballert, alles klar. Gucken wir uns mal an. Wie gesagt, ich kenne die ganzen Sachen auch noch nicht. Hier werde mir hier auch erst mal das Level 2 angezeigt. Ach, ich liebe die Außenmaps, da ist recht, wenn die so im Wald sind. Mochte ich damals im ersten Teil schon. Okay, Defend. Wir müssen noch andere Sachen defenden, oder was? Hä? Ähm. Defend? Geil. Boah, sieht das cool aus. Also, Grafik können die. Ähm. Jo, hier passiert wohl gerade nicht viel. Wir dürfen wohl weiter, oder so. Ich hab noch keine Ahnung. Sind die denn alle? Ach so. Moment. Wir müssen da Paket mitnehmen. Ist verschieden Sinn. Jo, alles klar. Der Kako. Der Kako hat mal gerissen. Okay, ich muss erst mal hier reinkommen in den Modus. Gut, wie hast du denn gemacht? Will ich auch hören. Lauf dich da rumzukullern. Okay, ich probiere gleich mal meine Schotty aus. Müssen wir auf E wechseln. E, E, E. Wir müssen dann auf E. Wo sind die? Nein, da hat sie lange gebraucht, um die Schotty zu wechseln. Ach, komm. Ich hab mit. Wie viele Gegner haben wir überhaupt? Acht gegen acht, okay. Okay, das würde ich nur so ein Acht gegen Acht ding. Okay, wir haben es immer noch getiefen. Okay, ah, jetzt geht es langsam zurück. Okay. Ah, okay, wenn es komplett zurückgegangen ist, geht es wieder zurück. Ah. Das ist interessant. Also, sobald es nicht mehr aufgehoben wird und nach einem gewissen Zeitpunkt geht es einfach wieder zurück. Toll, jetzt habe ich hier die Schotty ausgewählt. Hier ist halt keiner. Nein. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Wow. Okay. Einfach nur mal rausgucken, um die Grafik zu sehen. Dann wieder wow. Gegner, 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 Gegner. Oh, ist das Gegner? Habt ihr die Gegner gesehen? Ja, haben wir. Oh, verdammt. Shit. Ich hätte auch nur einfach eine Granate werfen sollen. Ich weiß noch nicht genau, warum es zwischendurch manchmal so leckt. Eigentlich sollte es nicht lecken. Zumindest von der Grafikkarte her. Und CPU ist auch nicht ausgelastet. Ja, schon ausgelastet. 65 Prozent, aber... Hm. Wow, wow. Nicht auf mich. Wo ist er? Nein. Ich treffe den einfach nicht. Ne, steht da noch einer? Ach, da ist noch einer. Der kämpft eine Ecke rum im Busch. Dieser Buschkämpfer. Deswegen. Ne, war er. Das liegt immer nur irgendwie... kurz bevor man irgendwie ein Spiel reingeht, ne? Wie gesagt, ist ja auch noch eine Beta. Muss ja auch noch optimiert werden. Da steht einer oben drauf rum. Okay, wir buggeln mal den Heavy aus. Mal gucken. Hier war auch mal alle Klassen durch. Mal schauen. So, wo wir uns mal ein bisschen nach oben rum. Was wir gesehen haben, die können ja auch irgendwo auf dem Berg rumstehen. Äh, auf dem... Auf dem... Auf der Mauer, würde ich sagen. Wo auch immer die da hinkommen. Okay, wir haben ein Schild mit F. Tschüss. Tschüss. Kühl ab, kühl ab, kühl ab, kühl ab. Mönetarm. Tschüss. Moment. Tschüss. Wo ist einer? Tschüss. Schild. Tschüss. Verdammt. Warum hat der Flamme vom Ecke gewackelt? Ist der dumm? Ähm, 3000. Wieso? Ach, das ist schon ein Witz. Gut, nehmen wir sie. Rocket Jumper. Geil. Wir können rumfliegen. Und wie? Ähm, was mit F und Q? Was, 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 was? Wow. Das ist doch genau nach meinem Geschmack. Was macht F? Okay, wir können es wieder neu benutzen. Ach, verdammt, hier darf ich nicht hin. Oh ja, ich gehe ja schon zurück. Kein Problem. So, wie funktioniert jetzt eh? So funktioniert eh. Alles klar. Wer noch oder einer? Der versteckt sich da irgendwo. Ist der da drin? Nein, hier wird die mitgenommen. Wir liegen lassen. Oh, okay. Sollte man vielleicht nicht im Raum benutzen. Innenräumen. Ich glaube nicht Tim. Verdammt, ich wollte immer auf die Beine ballern. Mit der Schüterpforte. Okay, die kriege ich nicht nochmal. Nehmen wir nochmal den Heavy. Der Heavy hat Spaß gemacht. Jetzt Heavy Time. Wo müssen wir hin? Ähm, ein Paket ist da hinten. Geht aber jetzt wieder zurück, oder? Now. Gegner, Gegner. Wo können denn diese Gegner sein? Da dürfen wir ja nicht hoch. Gehen wir doch mal dahin. Was ist denn? Was ist denn da parkiert? Dann macht man mal das Ding weg. Der ist schon so weit weg. Pass auf. Oh, nicht bumm machen. Wird das Paket sich mal langsam wieder verziehen? Au. Shit. Okay, wir sind mal ein Offizier. Der in seinem Stoffanzug. Der hält bestimmt einiges aus. Okay. Paket ist wieder zurück. Elf, äh, Gegner haben wir noch. Neun. Tschüss. Tschüss. Der schützt um was ich bin. Badam. Auf jeden Fall. Oh. Nehmen wir sie natürlich noch mal. Komm, komm, komm. Mal rein. Vier Gegner. Mal rein. Go, 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 go. Und go. Das macht elf noch mal. Okay, einen leichten Schub nach vorne. Und Kuh. Nein. Tschüss. oh verdammt nicht mehr raus ich komme zurück und wir kommen weitermachen ja ich komme wieder moment over time wieso ist immer noch over time dann wir müssen rein nein gib mir nen heavy go 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 overtime läuft aus ist ja echt wie der bewegst den jungen so sich das paket nicht laufen Ach komm. Oh, warte, das wird zu lang. Da hinten sind sie. Okay, der Ding-Packet liegt. Der Ding-Packet ist an. Ich hab einen. Aus. Aus. Dankeschön. Heavy for the win. Heavy. Geil. Warte, wie von hinten? Bist du bekloppt? Wieso kommen wir von hinten an? Das macht Spaß. Heavy, heavy. Victory. Geht doch. Ja, gerechtfertigt. Alles klar. Gucken, ob wir jetzt, ähm, attacken müssen. Ob wir unser Paket jetzt auch mal holen müssen. Deswegen kurzer Cut. Und dann geht's weiter. Bis gleich. So, weiter geht's. 18 Sekunden. Wir dürfen uns nochmal was auswählen. Guck gerade nochmal, ob ich irgendwas... Oh, ich darf ja hier oben was Neues auswählen. Machen wir mal. Moment, hab ich nicht ausgewählt. Hab ich ausgewählt. Ist aber nur beim Assault drin, oder? Ja, okay, das ist nur beim Assault drin. Nein, wir werden Assault ab. Oh. Das ist nämlich ein Wieselbe-Map, ne? Oder das andere Map. Mach ich. So, wir müssen unser Paketchen holen. Wir haben mal so ein Paket. Und jetzt haben sie uns geklaut. Müssen wir wieder zurückbringen. Was aber geht? Hä? Haben wir seit F gedrückt anstatt G? Nicht Held. Tschüss. Ich muss mal ganz kurz hier durch, ne? Verdammt. Steht da oben einer drauf. Heavy. Komm, wir müssen ein Paket haben. Die Paket ist in unseren Händen. Protekt die Carrier. Was spinnst du? Unser Paket. Oh, okay. Das Paket wird ganz gut bewacht. Gut, könnte man aber mit rechnen können. Die Grafik sieht echt so cool aus, irgendwie. Wir sehen so, wirklich so fotorealistisch aus. Ich nehme mal kurz mit, ne? Tschüss. Ich weiß nicht, warum die Leute alle sich gegenseitig abladen müssen, anstatt hier einfach ein Paket zu schnappen. Ich verstehe manchmal den Sinn einfach von dem Spiel nicht. Klappe. Klappe, habe ich gesagt. Mach dir das Ding auf. Mach dir das Ding auf. Müssen wir nicht echte Hitten dran stellen? Easy. Hä? Warum haben die das nicht gebacken bekommen? Ich glaube, die banden sich alle lieber selber gegenseitig ab. Toll. So. Ihm MVP. So kann man die Folge dann auch beenden. Das ist eine relativ kurze Folge, ne? Ich würde was sagen. Ich hänge, glaube ich, noch eine Runde dran. Mach nur kurz einen Cut. Und dann gibt es nochmal eine Runde. Bis gleich. So, weiter geht's. Wir dürfen nochmal verteidigen. Kann so sein, dass wir nochmal eine Viertelstunde dran sitzen. Mal gucken. Aber ich wollte jetzt nicht nach knapp 15 Minuten die Folge beenden. Auch ein bisschen lame gewesen. Dafür, dass es halt zu viel Spaß macht. Oh. So, jedes Mal am Anfang die falsche Klasse aus. Wir warten jetzt mal ganz kurz. Hm. Also, ob man immer weiß, wo die sich verstecken. Ich weiß nicht. Oh, da. Da wollen wir noch ein Heavy nehmen. Heavy macht richtig Spaß. Also, ich weiß nicht. Weil er hat so ein schönes Schild noch. Und er macht gut Damage. Leute, wir haben immer noch so ein kleines Verteidigungs-Ding bei. Da oben. Ne. Ich würde sagen, da oben steht einer. Wo sind die schon drin? Sieht nicht dann aus. So, wo sind sie hier? Klappe da oben. Okay, da gibt's einen Abkühl-Bonus. Wenn man den, wenn man da rechtzeitig die Maustaste drückt, kühlt den es dann ab. Ich glaube, so weit gab's im ersten Teil, glaube ich, auch schon mal. Ich wollte bestimmt auch mal die anderen Klassen sehen, ne? Vielleicht mal eine andere Klasse. Wo war denn Heavy? Ich komme in den First Person aber nicht rein. Ja doch, wenn ich das Ziel gedrückt halte. Okay, wir probieren mal kurz First Person aus. Und zwar als Officer. Als Officer, genau. Als Offizier. Kann man eigentlich auch nehmen. Also C gedrückt halten. Und mal wieder zurück. Sehr schön. Interessant. Mist. Bin ich schon drin? Nicht wirklich. Können wir mal gucken? Doch, da ist einer. Ich treffe den First Person nix. Ich treffe den First Person nix. Mal auf, ist hier. Aber mit ist ein cooles Headset auf und wir können uns mit den ganzen Leuten unterhalten. Oder der könnte auch zwischendurch ein Display aufnehmen. Da rinnt einer. Ich will den mit Kuma... BTF. Die wollte mit Kuma markieren. Okay, wir nehmen den Sniper. Probieren wir einfach mal aus. Gucken, ob der hier so ist auf der Map. So, wo denn? Verdammt. Falsche Taste gekriegt, oder? Ich muss im blauen Bereich die linke Maustaste drücken. Dann kühlt das Ding in den Inseln ab. Okay, der Paket liegt. Und zwar jetzt. Wo sind die Gegner? Da ist er. Moment. Da hinten rinnt unser Paket. Was ich hier jetzt erst mal... Ja, aber wo? Ne, da nicht. Da. Klappe. Oh. Okay. Sniper geht eigentlich auch. Aber trotz erstmal kurz beim Heavy. Mit dem können wir ein bisschen mehr verteidigen. Okay, 100 Meter sind die noch weg von dem Ding. Da oben rinnt der doch gerade noch. Ne, rinnt der einer. Okay, keinen nimmt es bis jetzt mit. Sehr gut. Schon verteidigt. Ich schalte er wieder auf zu WordPress nun. Dann hat er eine viel bessere Übersicht aber auch. So. Sehr schön. Okay, Paket ist wieder zurückgebaut worden. Wie viele haben wir noch? 57 Einheiten haben wir noch als Gegner. Die Gegner haben nur 57 Einheiten, muss ich sagen. Hallo? Da war da einer, oder? Hallo? Ach da. Wow. Alles klar. Bin ich erschrocken. Wo ist das denn? Ich kann das Schild einfach ausmachen. Oder so das Schild. Einfach mit F. Ups, ich truppte jetzt einer down. Mist. Fühlt hat der Kudon. Nee. Wat, 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 wat. Wer trifft denn da so gut? Wenn ist der Paket unterwegs. Ups. Gut, hab's mal abkühlen lassen. Abkühlen. Okay. Ich warte hier einfach mal eben ganz kurz. Wenn man da dran steht, geht's vielleicht schneller. Nicht wirklich, ne? So. Kommt ja noch mal einer an. So, Paket ist zurück. Okay. Aber nicht schlecht. Mist. Die Pakete sind unterwegs. Oh, ich weiß nicht, dass ich nicht so viel rede, aber da kann ich mich gerade mal so ein bisschen was hier nicht mit unserem Paket abbauen. Wir geschenkt bekommen. Na, rennen Sie mit dem Paket weg. Schweine. Boah. Boah. Die Granate haben wir werfen sollen. Verdammt. Nicht dran gedacht. Muss ja mal gucken, wie viele Punkte ich hab. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich will jetzt immer den enden spielen. Wir rennen mit dem Heavy. Wir rennen mit dem Heavy. Okay, was kann er so? Okay, was kann er so? Rookie, wir spielen mit dem Rookie. Was zum? Wom, warum gehen die alle down? Hm, okay. War doch immer der, der macht. Probier mal das mal aus. F, der hat auch wieder so ein F-Ding. War doch immer F ist. Das Problem ist, man müsste die einfach mal öfter spielen, um zu gucken, was die so könnten und was die... Naja. Okay, sie sind immer noch über 100 Meter weg, das geht. 26 Leute haben sie noch. Wat, 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 wat? Okay, wenn ich mein Schild eher ausmache, kriege ich es nicht schneller wieder. Ich hab gedacht, davon geht die Cooldown vielleicht schneller runter. Mist da, ich halte hier eine Million aus. Hm. Verdammt, die kommen noch mehr heran. Das ist nicht gut. Schönen liegen lassen. Schönen liegen lassen, hab ich gesagt. Schau mal, Kollege. Legeblattfuß hier. Äh, was ist denn das denn? Ja, komm, verschwindet, geh wir zurück. Sehr schön. So, da will ich sehen, wie soll ich das jetzt mit 15 Leuten schaffen. Hey, Mr. Mr. Landflug hier. Wo ist er? Von, von, wo bekommt ihr den Mensch hier? Von wem? Dein dazwischen? Oh, halt, aber auch wieder Paket. Braucht er nicht. Braucht er euch ihr eigenes Paket. Oh. Hm. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir defenden. Boah, die sind noch gut nah rangekommen. Verdammt. Die sind noch richtig gut durchgekommen. Oh. Nö, 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 nö. Wer war das von euch? Dem will ich mich persönlich bedanken, nö. Da oben ist einer. Da oben ist der Sniper. Komm von hier nicht, nö, wo einer? Verdammt. Guckst du gar einmal kurz nach rechts, da kommt er von vorne an, der angewackelt. Oh, das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Ich bin Platz 6. Oh, Victory. Alles klar. Haben wir auf jeden Fall geschafft. War bis jetzt eigentlich relativ easy immer. Weil ich hab bis jetzt noch nicht erlebt, dass der Gegner irgendwas abgegeben hat. Oder dass wir nicht durchgekommen sind. Okay, waren jetzt insgesamt auch nur drei Runden, aber naja. Ja, klar. Ja, gut. Vielen Dank für so ein Mal schauen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Star Wars Battlefront 2 Open Beta und vielleicht später dann auch bei einem richtigen Game wieder dabei werdet. Bis zum nächsten Mal. PE noch mal. Ja, gut. Bitte. Vielen Dank.